Herzlich willkommen an der Universitätsbibliothek Mannheim. Wir an der UB stellen nicht nur sicher, dass Sie stets mit aktueller Literatur versorgt sind, sondern bieten Ihnen darüber hinaus auch einen modernen Lernraum sowie weitreichende Services im Bereich der Informationskompetenz an. Egal, ob Sie sich gerade als Erstsemester an der Universität Mannheim eingeschrieben haben oder sich bereits in einem der höheren Fachsemester befinden, wir an der UB stehen Ihnen während Ihres gesamten Studiums mit Rat und Tat zur Seite. Gerade als Studienanfänger fragen Sie sich sicher, wie komme ich überhaupt an die Literatur, die ich für meine Lehrveranstaltung brauche. Keine Sorge, wie Sie Bücher und E-Books an der UB finden und nutzen können, erfahren Sie in separaten Videos. Diese finden Sie auch auf unserem YouTube-Kanal. Die UB stellt für Studierende aller Semester einen beliebten Lernort dar. Über die fünf Bibliotheksbereiche verteilt, bieten wir Ihnen ein vielseitiges und modernes Arbeitsplatzangebot. Neben ruhigen Einzelarbeitsplätzen stehen Ihnen auch Gruppenarbeitsräume zum gemeinsamen Lernen und Diskutieren zur Verfügung. Wie die aktuelle Auslastung der Einzelarbeitsplätze in den Bibliotheksbereichen aussieht, erfahren Sie auf unserer Website über die Standortübersicht. Unter dem Punkt Freie Sitzplätze zeigt Ihnen eine Ampel an, wie viele Plätze aktuell noch frei sind. Wenn Sie zum Lernen einmal besonders konzentriert arbeiten wollen, sollten Sie den Ruhearbeitsbereich im Bibliotheksbereich Schloss Schneckenhof oder die Ruhezone im Bibliotheksbereich Schloss Ehrenhof aufsuchen. In allen Räumen der UB haben Studierende selbstverständlich Zugang zum WLAN Eduroam der Universität. Zur Anmeldung über Eduroam benötigen Sie nur Ihre Uni-ID und Ihr Passwort. Sollten Sie kein eigenes Laptop oder Smartphone dabei haben, stehen Ihnen verteilt über die Bibliotheksbereiche mehr als 200 Rechner zur freien Verfügung, an denen die Speicherung von Recherchergebnissen und Volltext-Downloads möglich sind. All diese Rechner sind außerdem mit gängiger Office-Software ausgestattet. Übrigens, Sie können in allen Bibliotheksbereichen der UB auch drucken, kopieren und scannen. Zum drucken und kopieren müssen Sie mit der ECUM an einem der SB Terminals einen Betrag auf Ihr virtuelles Druckkonto umbuchen. Das Scannen funktioniert kostenlos. Nähere Informationen finden Sie auf unserer UB-Website. Im Foyer aller Bibliotheksbereiche befinden sich elektronische Schließfächer. Alles, was Sie brauchen, um ein Schließfach zu benutzen, ist Ihre ECUM oder UB-Chipkarte. Wichtig! Die Schließfächer müssen am selben Tag bis zur Schließzeit des jeweiligen Bibliotheksbereichs geleert werden. Ansonsten ist eine Überziehungsgebühr von 2 Euro fällig. Seit 2019 dürfen Sie an der UB Mannheim übrigens auch Taschen und Jacken mit in die Bibliotheksbereiche nehmen. In den Bibliotheksbereichen A3, A5, Schloss Schneckenhof und Schloss Ehrenhof werden Schließfächer zur Vergabe für ein ganzes Semester für eine Gebühr von 12,50 Euro angeboten. Bei Interesse können Sie sich an der Infotheke Ihres Bibliotheksbereichs nach diesen Dauerschließfächern erkundigen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UB unterstützen Sie nicht nur zum Studienbeginn, sondern begleiten Ihr Studium auch über die ersten Hausarbeiten bis hin zum Studienabschluss. Die erste Anlaufstelle vor Ort sind die Infotheken in den Bibliotheksbereichen. Dort helfen wir Ihnen während der Öffnungszeiten sehr gerne weiter. Wenn Sie gerade nicht an der UB vor Ort sind und trotzdem Hilfe benötigen, können Sie uns auch telefonisch, per E-Mail oder über unseren UB-Chat erreichen. Falls Sie während Ihres Studiums eine fachspezifische Rechercheberatung benötigen, können Sie sich an Ihr zuständiges Fachreferat wenden. Die Kontaktdaten dieser Fachspezialisten finden Sie auf unserer Homepage. Auch mit dem Thema Hausarbeit lassen wir Sie nicht allein. Wenn Sie Probleme haben, Ihr Thema passend einzugrenzen oder Hilfe bei der Organisation Ihres Schreibprojekts brauchen, können Sie gerne unsere Schreibberatung aufsuchen. Hier erhalten Sie wertvolle Tipps zum wissenschaftlichen Arbeiten und Schreiben und werden individuell beraten. Zusätzlich zu der regelmäßigen offenen Sprechstunde können Sie auch einen individuellen Beratungstermin vereinbaren. Eine umfangreiche Arbeit zu schreiben, stellt viele Studierende vor große Herausforderungen. Im Besonderen kann es schwer fallen, den Überblick über die angegebenen Informationsquellen zu behalten und diese in der vorgeschriebenen Weise zu zitieren. Hier helfen sogenannte Literaturverwaltungsprogramme. Wir an der UB bieten Kurse, Beratung und Support zur Nutzung solcher Programme an. Schauen Sie doch einfach mal in unser Schulungsprogramm. Dort finden Sie auch weitere Kurse und sonstige Veranstaltungen zu den verschiedensten Themen rund um das wissenschaftliche Arbeiten. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Video einen kurzen Einblick in die Services geben konnte, die Sie hier bei uns an der UB in Anspruch nehmen können. Wir freuen uns, Sie bald vor Ort begrüßen zu können. Für weitere Informationen lohnt sich ein Blick auf unsere Homepage. Dort erfahren Sie auch, welche aktuellen Veranstaltungen stattfinden.